Dass ich dann so lange bleiben würde und dass wir dann so erfolgreich würden, das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Ja, es waren wilde Zeiten, aber es hat auch gezeigt, man muss kreativ sein mit diesem Medium. Man muss Ideen haben, man muss manchmal mutig sein, man muss verrückt sein, man muss sich was trauen und manchmal auch eine blutige Nase holen. 40 Jahre privater Rundfunk, wir sprechen heute mit Peter Klöppel, Anchorman RTL Aktuell. Hallo, haben Sie sich damals ausgemalt, dass das was werden kann, als es alles begann bei Ihnen? Nicht in der Dimension, die es jetzt hat. Also ich habe mir gedacht, die Truppe, die da zusammengekommen ist, ich war ja bei RTL Plus von Anfang an, in Luxemburg, war hoch engagiert, waren Radioleute, die alle auch wussten, wie man Medien macht. Und die alle Lust hatten, Fernsehen für sich zu entdecken und auch Fernsehen neu zu entdecken, neu zu machen. Also diese Truppe hat mir sehr gefallen und ich dachte mir, wenn ich mit denen zusammen hier so einiges gestalten kann, ich glaube, dann können wir erfolgreich sein. Aber A, dass ich dann so lange bleiben würde und dass wir dann so erfolgreich würden, das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Wie kam es zu der Entscheidung, dieses neuartige Ding auszuprobieren, dieses RTL Plus, weil ich mein Studium, Henri-Nannenschule, ich könnte mir vorstellen, im Umfeld gibt es viele Menschen, die anderes erwartet hätten, als eine Entscheidung für den neuen privaten Rundfunk, der da kam. Also ich war selber auch ein bisschen überrascht, dass meine Entscheidung so ausgefallen ist. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass ich meine Ursprungsidee, Agrarjournalist zu werden, zwar in Teilen verfolgen konnte. Ich habe mich bei GEO beworben, habe mich beim Stern beworben. Bei GEO hatte ich ein Stellenangebot, bei Stern eine Ablehnung. Und dann kam mein letztes Praktikum bei RTL Plus und da bot man mir an, als Korrespondent nach Bonn zu gehen. Bonn hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich mir sagte, wow, endlich, ich werde politischer Journalist. Aber ich wusste, wenn man einmal in Bonn als Journalist gearbeitet hat, nimmt man so viel mit, man kann sein Päckchen so schön packen, dass man, egal welchen Job man dann anschließend hat, so viel Erfahrung gesammelt hat. Das kann man immer noch verwenden in der Karriere, über die ich gar nicht nachdenken wollte damals. Aber ich dachte mir, ja, wenn man mir diese Chance bietet, dann packe ich sie einfach. Wir springen natürlich noch über die Jahrzehnte jetzt im Gespräch, aber bleiben wir kurz bei den ersten Jahren. Wann hatten Sie denn das Gefühl, das wird was, was wir hier machen? Also wann hatten Sie das Gefühl, es wird auch wertgeschätzt, was da gemacht wird bei diesem damals so neuartigen Wettbewerbe? Also die Wertschätzung haben wir schon sehr schnell erfahren durch die vielen RTL-Radio-Zuhörer, die dann auf einmal auch alle RTL-Fernsehzuschauer wurden. Das waren die Luxemburger, das waren die Saarländer, das waren teilweise auch die Rheinland-Pfälzer. Wenn wir da in irgendeiner Weise mit denen in Kontakt kamen, kriegten wir sofort die Rückmeldung, ihr macht das super, das ist klasse, das ist ein ganz anderes Fernsehen, auch wie ihr die Nachrichten präsentiert. Das ist mal was anderes als Tagesschau und heute. Und dass wir es dann auch finanziell merkten, dass die Wertschätzung sich tatsächlich dann auch im Budget bei uns niederschlug. Das war dann, sagen wir mal, 88, 89 der Fall. Ganz besonders auch, als dann die Frage aufkam für uns Journalisten, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Korrespondenten ins Ausland zu schicken? Da merkte man schon, der Sender will investieren in Informationen, tut das auch. Und das war dann die nächste Chance, die sich mir geboten hat. Also da war mir schon klar, es geht weiter. Es ist jetzt nicht eine Eintagsfliege. Privater Rundfunk, der in Journalismus investiert, das wurde damals, wird heute ab und an immer noch ein bisschen belächelt oder als etwas seicht betrachtet. Also wir haben damals dem entgegengesetzt, das, was wir tagtäglich abliefern. Wir haben jeden Tag eine, dann später auch zwei Nachrichtensendungen gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir bei Breaking News Situationen anfangen, mehr zu lernen und auch besser zu werden. Wir haben uns einfach auch immer wieder gesagt, wie können wir anders sein als die anderen? Und das war für uns dann auch, weil es erfolgreich war, das klare Indiz, ja, ein Sender wie RTL oder RTL Plus kann auch nur dann erfolgreich sein, wenn er verschiedene Farben anbietet. Wenn er Unterhaltung anbietet, die manchmal vielleicht etwas schriller und etwas greller ist, aber auch Informationen anbietet. Und das war jetzt nicht, weil es da eine gesetzliche oder rechtliche Vorgabe gab, sondern ganz einfach, weil wir Spaß daran hatten, den anderen auch zu zeigen, man kann das auch, sagen wir mal, anders bestücken, eine Nachrichtensendung, als es die Tagesschau tut. Fühlt man sich da im Nachhinein dann bestätigt, wenn man jetzt merkt, dass über Social Media, über Angebote für junge Zielgruppen auch beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen plötzlich Zielgruppen-affine Programme machen. Das war eben bei privaten Rundfunk ja sehr früh da, weil Sie sprachen an, so diese reine Lehre versus wir müssen uns an die Zielgruppe anpassen. Und es war gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt dringend ein junges Programm machen, sondern wir haben gesagt, wir müssen ein frisches Programm machen. Wir wollen nicht quasi DPA-Meldungen vom Blatt ablesen. Und dass man uns die Möglichkeit gegeben hat und dass die Zuschauer das auch angenommen haben und gesagt haben, ja, so stellen wir uns das vor, so können Nachrichten auch aussehen, hat uns dann eigentlich im Endeffekt immer nur den Schub gegeben, noch mehr zu machen, noch mehr auszuprobieren, mehr Leute einzustellen. Und das war dann das Gute, dass sowohl Bertelsmann als auch dann natürlich RTL sagte, ja, wir investieren weiter in dieses Programm und zwar nicht nur in den Unterhaltungsteil, sondern ganz besonders auch in den Informationsteil. Und ja, deswegen, ja, ich fühle mich bestätigt, dass die Tendenz, die wir damals hatten, schon auf dem richtigen Weg war. Wenn man Sie in den letzten Jahren gefragt hat nach herausragenden Ereignissen in der Karriere, natürlich der 11. September, da haben Sie oft drüber gesprochen. Wenn man aber über das Privatfernsehen insgesamt spricht, heißt es immer, ah, die wilden 90er. Gibt es da Erinnerungen dran, wie würden Sie diese Zeit beschreiben, die heute, die, die damals mit dabei waren, immer noch erwähnen als, es fällt die Karte runter, das ist natürlich super, Moment, die Buchstaben sind noch drauf. Das ist, die Buchstaben sind noch drauf und sowas sieht immer elegant aus, aber wir machen weiter, live on tape. Also wir haben in den 90er Jahren ja schon etwas Verrücktes gemacht, nämlich, wir haben auch die Zuschauer quasi mit ins Programm reingenommen, durch Sendungen wie der heiße Stuhl, einmal haben wir eine Publikumstalkshow gehabt, bei denen dann auch mal Politiker gegrillt worden sind, wie sie es bis dahin nicht kannten, aber wir haben bei Unterhaltungsshows in unser zwar kleines, aber doch irgendwie dann feines Studio wie alles, nichts oder die Zuschauer reingeholt oder auch bei einem Tag wie kein anderer, das heißt also, wir hatten einen direkten Draht zu denen, die unser Programm gerne sehen und das führte dann dazu, dass wir auch, sagen wir mal, etwas verrücktere Sachen ausprobiert haben. Wenn ich an Tutti Frutti denke, ja, das war für uns Journalisten auch keine einfache Zeit zu rechtfertigen, warum braucht man so eine Sendung, wir haben es einfach hingenommen, es war erfolgreich, haben darauf gewartet, was passiert weiter damit, irgendwann war Tutti Frutti auch zu Ende. Also ja, es waren wilde Zeiten, aber es hat auch gezeigt, man muss kreativ sein mit diesem Medium, man muss Ideen haben, man muss manchmal mutig sein, man muss verrückt sein, man muss sich was trauen und manchmal auch eine blutige Nase holen. Dann kann man Erfolg haben, wenn wir immer nur alles richtig gemacht hätten und wir haben ganz viel falsch gemacht, dann wären wir nicht so erfolgreich geworden. Und dann gab es dieses Jahrzehnt, wo wild experimentiert wurde und dann kam das Internet, das sicherlich, glaube ich, auch eine der größten Wendepunkte dann in dem Journalismus auch im Fernsehjournalismus war. Ist Journalismus heute eigentlich noch das Gleiche wie damals oder würden Sie sagen, das Berufsbild hat sich durch die Verfügbarkeit von wesentlich mehr Quellen maßgeblich geändert? Also natürlich hat sich unsere Arbeitsweise verändert, natürlich hat sich unsere Quellenlage verändert. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, an Bildmaterial zu kommen, an Quellen heranzukommen, die wir so nicht kannten. Übertragungen zu starten aus Gegenden dieser Erde, die wir bis dahin eigentlich niemals irgendwie in den Vordergrund rücken konnten. Und das war nicht nur eine Frage des Internets, sondern es war ganz besonders eine Frage der technischen Möglichkeiten, die sich auf einmal auftaten durch Digitalisierung und auch durch Miniaturisierung. Und so gesehen hat sich in den vergangenen 30, 35 Jahren extrem viel getan. Trotzdem bleibt immer noch das Ziel, dass wir, ich spreche jetzt einfach mal nur für den Nachrichtenbereich, jeden Tag eine Sendung an den Start bringen, die die Welt abbildet, so gut es geht, aber die sich sehr stark auch logischerweise mit der Welt unserer Zuschauer beschäftigt, also mit Deutschland. Und wir auf Augenhöhe kommen mit unseren Zuschauern. Und dass wir nicht von oben herab sagen, hier politische Entscheidung, finden wir wichtig, hat für euch vielleicht gar keine Relevanz, wir berichten trotzdem drüber, sondern wir wollten zeigen, wir nehmen euch ernst. Und das kann man in Nachrichten jetzt noch besser, als man das vorher getan hat. Hat sich der Ansatz geändert, weil man davon ausgehen muss, dass wir heutzutage ja durchaus, vielleicht auch nur wir Medienmenschen, Nachrichten den ganzen Tag über konsumieren. Also früher gab es wenige handverlesene, abzählbare Nachrichtensendungen am Abend, die mir das Geschehen zusammengefasst haben. Es ist schon richtig, wir alle werden ständig erreicht mit Nachrichten, wir müssen gar nichts dafür tun. Auf dem Handy gibt es Push-Notifications, wir wissen eigentlich, was los ist, aber wir kennen oft auch nur zwei Zeilen. Wir kennen die Überschriften, aber wir können nicht in die Tiefe gehen, weil wir oft auch gar nicht die Zeit haben, uns dann noch längere Artikel anzuschauen oder Videos anzugucken. Und insofern sehen unsere Zuschauer ganz besonders aus einer täglichen und, sagen wir mal, normalen Nachrichtensendungen, die auch im Stil ein bisschen sich noch dem annähert, was wir in den 80er, 90er und 2000er Jahren gemacht haben, als das quasi Informationsmedium Nummer eins. Fernsehen ist immer noch das Informationsmedium Nummer eins, wird es auch bleiben, glaube ich, weil man in 20 Minuten oder 25 Minuten präzise alles zusammenfassen kann, was in der Welt passiert, was nicht nur wir Journalisten, sondern auch, was die Menschen für wichtig und für relevant halten. Also diese Aufgabe ist geblieben und deswegen haben auch Nachrichtensendungen weiter Erfolg, ja nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Sendungen. Weil die Zuschauer daheim ganz einfach darauf warten, dass sie sich abends irgendwann mal hinsetzen können oder vielleicht auch zeitversetzt und dann eine Zusammenfassung und eine Einordnung der wichtigsten Nachrichten bekommen. Und das müssen wir und das können wir auch liefern. Wie sehr darf man sich dem Publikum nähern oder wie sehr darf man sich an das, was das Publikum interessiert, ranschmeißen? Es ist immer ein bisschen die Frage, es gibt Medienhäuser im Listening Center, wo man sagt, worüber wird im Netz diskutiert, welche Themen müssen wir aufgreifen. Ist das nicht ein bisschen sozusagen eigentlich der Kontrapunkt zu Journalismus, dem ja innewohnen zu sagen, wir definieren, was wir glauben, was wichtig ist? Also wie sehr darf man dem Publikum quasi folgen? Wenn Sie unsere Konferenzen, und wir haben ja viele Konferenzen den ganzen Tag über, das geht morgens um 8 Uhr los und geht bis in den späten Nachmittag hinein sehen, dann werden Sie feststellen, dass wir relativ wenig nur darauf gucken, was passiert eigentlich gerade im Internet. Sondern wir fragen uns, was finden wir wichtig aus unserer Erfahrung heraus? Wie können wir diese Informationen verarbeiten und auch dann so präsentieren, dass die Zuschauer zu Hause einen Nutzen davon haben? Ja, natürlich gucken wir auch immer wieder mal, was läuft denn im Internet groß? Aber dass wir uns morgens hinsetzen und sagen, oh, bei Google trendet das und trendet das und das ist er und bei Facebook oder Instagram, keine Ahnung. Nee, das ist es definitiv nicht. Sondern wir haben unseren journalistischen Kompass, der mit viel Erfahrung erarbeitet worden ist und an den halten wir uns, ohne natürlich mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen. Wir gucken schon links und rechts, das ist wichtig. Aber wir schmeißen uns nicht ans Publikum ran, definitiv nicht. Ich habe gerade schon die Sendung vom 11. September erwähnt. Natürlich ein einschneidender Moment für uns alle, beruflich auch für Sie. Gibt es, davon mal abgesehen, gibt es eine andere Sendung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist aus den 39 Jahren bisher? Ja, beispielsweise die Sendung am 9. November, also ein anderes 9-11, als ich in Warschau war mit Bundeskanzler Helmut Kohl und wir in Warschau die Nachricht bekamen, dass die DDR plant und dann an dem Abend auch schon vollzieht, die Grenzübergänge in Berlin aufzumachen, wo wir fassungslos vor dieser Nachricht standen und sagten, was heißt das denn jetzt? Ich saß dann halt dummerweise in Warschau, konnte aber von da zumindest live in unsere Sendung hineingeschaltet werden. Aber das ist ein Moment, den werde ich so nie vergessen, weil ich auch da gemerkt habe, nach all dem, was in dem Sommer davor natürlich auch schon passiert war, jetzt dreht sich in der Geschichte ganz dramatisch ein Rad. Es sind oft Wahlsendungen, bei denen auch Wahlentscheidungen fallen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Nehmen wir mal die USA-Wahl 2016 oder auch die USA-Wahl 2000, als es nicht klar war, wer ist jetzt eigentlich der Sieger durch die Auszählungspannen, die es in Florida gegeben hat. Ich erinnere mich gerne an Anchor-on-Location-Sendungen. Ich war in Peking bei der quasi Eröffnung der Olympischen Spiele 2008. Diese Atmosphäre aufzunehmen war großartig. Oder im Jahr 2000, also genauer gesagt am 31.12.1999, als alle gebannt auf dieses Datum starten, die Welt bricht zusammen, der Millennium Bank killt uns alle. Haben wir 24-Stunden-Sendung aus Berlin gemacht, immer wieder angesetzt zur vollen Stunde. Das sind so Momente, die bleiben hängen. Mir ist noch eine Sendung hängen geblieben vom 11. Juli 2021. Weit weniger historisch wichtig. Aber am 11. Juli 2021 ist mitten in Ihrer Sendung der Strom ausgefallen. Ist schon wieder so lange her. Und Sie saßen komplett im Dunkeln. Ja. Da habe ich mich gefragt, bringt Sie gar nichts mehr aus der Ruhe? Ich war... Also Sie haben einfach weiter moderiert. Naja, sagen wir mal so, ich war schon perplex in dem Moment, weil ich dachte, das darf jetzt eigentlich nicht passieren. Aber es hilft ja auch nichts, wenn ich jetzt hier schweige oder mich am Kopf kratze oder anfange zu schreien, wo ist das Licht. Sondern ich habe dann versucht, das Professionelle in mir dann wiederum anzuschalten. Und das Professionelle war dann tatsächlich, dass ich registriert habe, dass auf den Monitoren, die vor mir im Studio standen, immer noch irgendein Signal zu sehen war. Es war zwar schwarz, aber ich habe das kleine Senderlogo oben gesehen. Das heißt, ich habe gesehen, irgendwas von uns geht noch raus. Und dann habe ich einfach gar nicht nochmal angeguckt danach, angefangen zu reden und gesagt, wenn Sie jetzt so wie ich nichts sehen, aber mich vielleicht hören, dann versuchen wir jetzt einfach mal weiterzumachen. Also da war dann, ich war so perplex, dass ich mir dachte, das ist eine putzige Situation, mal gucken, wie du damit umgehst. Selten war die Scheinwerferfunktion des Mobiltelefons so wertvoll wie da. Und das war gar nicht meins, sondern das war das des Aufnahmeleiters. Der kam an, als er merkte, wir haben ein Problem und sagte, hier, ich habe ein Handy, mach da mal das Licht an. Dann war irgendwo hinten im Studio dann doch irgendwo eine Lampe noch angeblieben. Ja, und dann haben wir das versucht zu überbrücken. Ich fand es schon, es gab eine Schalte zu, ich glaube, es war irgendein Weltraumthema und die Ratenmoderation war, während manche Menschen ins Weltall fliegen, kümmern wir uns mal darum, dass wir wieder Strom haben. Genau. Ist uns aber auch nicht gelungen. Diese Erfahrung in Live-Situationen, damit umgehen können, das ist eine Qualität im Moderieren, die, so klagen manche Senderleute, immer seltener existiert, weil es diese Experimentierflächen gar nicht mehr gibt. Sie kennen es ja auch aus der RTL Journalistenschule durchaus. Wir haben YouTuber und ganz viele TikToker, die können natürlich ihre Videos aber so oft produzieren, wie sie wollen. Wir sehen nur das fertige Produkt. Wie sehen Sie so ein bisschen diese Moderationsschule, Schrägstrich Kunst, ist uns da Live-Fläche verloren gegangen, um Talente nachzuholen? Würde ich nicht unbedingt ganz unterschreiben. In Teilen ist das völlig richtig. Natürlich, wer auf Instagram Videos postet, hat die Möglichkeit, das, weiß ich nicht, was in acht Stunden aufzunehmen und dann so zusammenzuschnipseln, dass es einen Sinn ergibt. Aber es gibt auch so viele Informationssendungen, die live sind, also bei den etablierten Sendern, aber auch bei Nachrichtensendern, die ja auch etabliert sind, wo man schon auch längere Live-Strecken nicht nur üben, sondern tatsächlich dann auch durchziehen kann und auch mit Pannen lernt, um zu gehen. Ich würde mir wünschen, und wir machen das ja auch, dass wir nicht vergessen, Pannentrainings durchzuführen, also dass wir mit Moderatoren, die schon Erfahrung haben, einfach mal in einer ruhigen Stunde ins Studio gehen und sagen, pass mal auf, du moderierst jetzt das und jetzt passiert etwas und du weißt noch nicht, was es ist. Wie lernst du und wie gehst du damit um? Wie lernst du damit umzugehen und was kannst du da tun? Welche Rezepte gibt es? Und das hat ganz vielen auch sehr geholfen, mit denen wir das gemacht haben. Wenn zum Beispiel die Moderationskarte auf einmal auf dem Boden fällt. Zum Beispiel, oder? Der kommt da stehenbleibt. Jetzt habe ich hier keinen, aber... Genau. Mich würde nochmal der persönliche Peter Klöppel interessieren, weil es gibt eine interessante Auffassung der Arbeitsweise als Journalist bei Ihnen. Es gibt andere Journalistinnen und Journalisten im Land, von denen man durchaus mehr privat weiß, auch durchaus eine politische Verortung vornehmen kann. Das haben Sie immer bewusst vermieden. Man weiß relativ wenig darüber. Ist das eine reine private Entscheidung oder ist das für Sie eine Frage vom Berufsethos, das nicht kundzutun? Also ich halte es für privat wichtig, dass ich nicht mit jedem darüber spreche, wen oder was ich wähle oder wie meine politische Meinung aussieht. Und vom Beruflichen her finde ich es noch wichtiger, gerade wenn man Nachrichten präsentiert, bei denen ja auch die Zuschauer erwarten, dass sie nicht in irgendeiner Weise durch eine Meinung geprägt sind, durch eine politische Meinung im schlimmsten Fall oder parteipolitische Meinung geprägt sind. Also halte ich mich da bewusst zurück. Es fällt mir gar nicht schwer. Und klar gibt es Momente, bei denen man auch bei meinen Moderationen merkt, dieser Partei oder mit dieser These komme ich nicht so gut klar. Das kann man ja auch immer wieder mal einfließen lassen. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und haue auf die eine oder andere Partei mit einem dicken Hammer drauf. Und Sie sind auch sehr selten zu Gast gewesen in anderen beispielsweise Unterhaltungsshows. Da gibt es durchaus Vertreter von Nachrichtensendungen, die häufiger mal gequizzt, gespielt, gechallenged haben. Hat der Sender nie angeklopft? Oder haben Sie gesagt, lasst mich meinen Teil tun? Doch, doch, doch. Es gibt viele Anfragen, an Quiz-Sendungen teilzunehmen, an Shows teilzunehmen. Ich würde mal sagen, ich sage 95 Prozent diese Anfragen ab. Zum einen, weil ich weniger Zeit habe, als man das gemeinhin denkt. Und zum anderen, weil ich mich auch in diesen Sendungen nicht so richtig sehe. Und ich brauche auch keine Plattform. Also ich muss mich nicht promoten. Ich muss nicht in einem Quiz zeigen, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch anders kann als Nachrichten-Moderator. Und deswegen ist mir das nie schwer gefallen, da abzusagen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir was verloren gegangen ist. Und deswegen, das bleibt auch so. Gleiches gilt, wenn ich das richtig recherchiert habe, selten bis gar nicht für Unternehmen moderiert, oder? So diese Moderationsshops für? Gar nicht. Gar nicht. Interessant, weil das ist ja durchaus für andere eine Nebeneinnahmequelle. Ja, genau. Sind Sie päpstlicher als der Papst oder die anderen einfach sehr locker damit, wenn man so Aufträge annimmt? Also ich habe immer gesagt, ich will mich nicht dem Objekt meiner journalistischen Begierde zu sehr nähern oder davon abhängig werden. Einen Moderationsjob für eine Firma zu übernehmen, die für uns möglicherweise irgendwann mal Thema in der Nachrichtensendung ist, würde mir schwer fallen. Beziehungsweise ich würde mir dann schon keinen Gefallen tun, wenn ich über die berichte und die Leute hinterfragen, naja, von denen hat er ja, ich weiß nicht, wie viel Euro gekriegt, weil er da eine Veranstaltung moderierte. Das will ich erst gar nicht. Zum Glück war auch das Unternehmen immer so großzügig zu mir, dass ich nie das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch ein bisschen was dazu verdienen, sondern ich konnte mich auf das konzentrieren, was ich gerne und glaube, auch ganz gut gemacht zu haben. Sie wirken auch jetzt bei den Fragen sehr kontrolliert, sehr diszipliniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in den Jahrzehnten nicht den Drang hatten, manchmal auch gerne Dinge zu kommentieren. Wie trainiert man sich das dann an oder wie schafft man es, diesem Drang zu widerstehen? Weil Kommentare, sobald man auch Chefmoderator und Chefredakteur ist, da verspürt doch sonst jeder den Drang zu kommentieren, sehr viele zumindest heutzutage. Ja, ich war irgendwie nie der Meinung, dass so meine Meinung so immer die wichtigste sein muss und so herausgestellt werden muss. Wenn wir Kommentare hatten, das gab es bei uns im Programm ja auch, dann habe ich das gerne andere Leute machen lassen. Wenn wir schalten haben, beispielsweise nach Berlin, haben wir ja auch politische Korrespondenten, die das auch, muss ich sagen, ganz ehrlich, sehr viel besser machen, als ich das könnte. Und da lasse ich dann lieber jemanden wie Nikolaus Blome ran oder andere, die sehr pointiert über bestimmte Themen sprechen können, aber auch nie so pointiert, dass man das Gefühl hat, oh, da haut er jetzt aber nur auf die eine Seite drauf, sondern es ist immer ausgewogen und das schätze ich sehr und dann finde ich solche Kommentare oder Einschätzungen auch sinnvoll, aber sie müssen ja nicht von mir kommen. Was war der größte Umbruch in Ihrer Karriere beziehungsweise in der journalistischen Laufbahn bei Ihnen? Was würden Sie sagen, hat Ihre Arbeit am stärksten verändert? War es das Internet oder was hat? Ja, man kann das gar nicht so auf einen Punkt hin zuschneiden, aber was halt dramatisch verändert hat, war das, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, war die Miniaturisierung, die Digitalisierung. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage des Internets. Ja, das Internet war dann Teil des Ganzen, aber dass wir auf einmal die Möglichkeit bekamen, wir sind ja Bildmenschen, also die Bilder brauchen, die Videos brauchen, und zwar nach Möglichkeit aus vielen verschiedenen Quellen, dass wir auf einmal aus einem sehr viel größeren Topf schöpfen konnten und auch immer noch können und sehr viel mehr auch aussuchen und auch besser beurteilen können durch die Bilderlage. Das hat uns schon extrem geholfen und das ist ein großer, großer Unterschied zur Zeit, als ich angefangen habe, als wir als einzige Quellen an Bildern hatten wir die Eurovisions-Sendungen. Das waren zweimal irgendwie 20 Minuten, einmal um 12 und einmal um 5 Uhr nachmittags und ansonsten mussten wir uns das zusammenkratzen. Und jetzt haben wir stundenweise Material und haben dadurch tatsächlich die Möglichkeit, ja, aus der Qual der Wahl auch eine Freude der Wahl zu machen, weil wir jedes Mal sehen, ja, es ergänzt das Bild, das wir versuchen, den Zuschauern zu zeichnen und zu zeigen am Abend. Eine weitere technische Innovationsstufe, mit der sich die Branche jetzt seit 1, 2, 3 Jahren beschäftigt ist, künstliche Intelligenz, ist das verlockend, ist das aufregend, ist das auch besorgniserregend? Wie würden Sie die Möglichkeiten dann auch im Journalistischen sehen? Also ganz oft wird es in der Fiction beispielsweise diskutiert natürlich, wenn Drehbücher etc., Kreativleistungen, aber wie würden Sie es so mit Blick auf den Journalismus betreiben? Es ist alles, was Sie gerade gesagt haben. Es ist auf der einen Seite beunruhigend, das ist auf der anderen Seite aber auch eine große Chance, Dinge mal anders anzugehen. Aber wichtig ist, dass es weiterhin von Menschen gesteuert und kontrolliert wird. Wir können natürlich künstliche Intelligenz nutzen, um Texte zu schreiben. Sind die dann so viel besser als das, was wir Menschen schreiben? Wenn wir uns noch mal länger darüber mit anderen Kollegen unterhalten, wie kann man das besser formulieren? Wie kann man das noch anders machen? Ich bin der Meinung, bisher ist es noch nicht so weit. Kann passieren, dass das noch kommt. Gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr da, dass wir Verantwortung abgeben und dann nicht mehr kontrollieren können, was tatsächlich on air geht, wenn wir sagen, das macht alles die KI. Aber deswegen würde ich jetzt nicht KI außen vor lassen, sondern wir müssen sie kontrolliert und auch wirklich verantwortungsbewusst einsetzen. Wo ich eine viel größere Gefahr sehe, ist tatsächlich die Frage der Bildmanipulation. Das, was wir ja jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren ganz besonders feststellen, dass man auch Videos sehr gut manipulieren kann. Und da ist es an uns, da ist es an unseren Zuliefern, dass wir da unsere Kontrollmechanismen nicht verringern, sondern eher ausbauen. Deswegen haben wir Verifizierungsteams beispielsweise. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, so eine Diskussion, wie wir es ja jetzt hatten hier mit Kate im Hause Buckingham, die an ihren Fotos ein bisschen rumgewurschtelt hat. Ja, merkt man das? War das etwas, was auch uns hätte auffallen müssen? Wem ist es aufgefallen? Und was machen wir dann mit einer solchen Situation? Das wird uns noch viel, viel mehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Mit Sicherheit. Da gehe ich auch von aus. Quellenarbeit ist wichtig. Das zu lehren, den Umgang damit, ist auch ein Gegenstand der RTL-Journalistenschule, die es seit über 20 Jahren jetzt gibt. Ist das sozusagen eigentlich das nachhaltigste Vermächtnis, was man so hinterlassen kann, dass man als privater Radiosender sagt, wir investieren sogar noch in die eigene Ausbildung, dass man da... Das ist ein schönes Wort. Ja, Vermächtnis. Ja, es ist es. Ja, gebe ich ganz offen zu. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, als wir sie gegründet haben, sondern wir haben gesagt, wir brauchen einfach besser ausgebildeten Nachwuchs und wir wollen unseren Nachwuchs so ausbilden, dass sie nicht nur eine gute journalistische Ausbildung bekommen, sondern mit der sie dann bei RTL arbeiten können, sondern mit der sie über alle arbeiten können, wo Journalismus guter Fernsehjournalismus gefragt ist. Also wenn ich irgendetwas geschafft habe, dann muss ich sagen, darauf bin ich ganz besonders stolz. Und ich muss auch sagen, ich bin auch stolz auf das Haus RTL und da mache ich sehr, sehr gerne Werbung dann tatsächlich für alle, die uns immer unterstützt haben, diese Schule nicht nur auf die Schiene zu heben, sondern auch am Laufen zu halten. Und wie wir sehen, immer mehr Kräfte, die bei uns arbeiten, kommen aus der Journalistenschule. Auch Führungskräfte, die bei uns arbeiten, haben dort ihre Karriere begonnen. Und das ist dann, denke ich mal, ja, ein Rezept, das wirklich aufgegangen ist. Ist Journalismus denn heute noch so attraktiv wie vor einigen Jahren? Also ich meine, es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile sagen, also wenn man in einer Gruppe von Bekannten oder Leuten unterwegs ist und sagt, ich bin als Beruf, ich bin Journalist, das war schon mal besser angesehen. Wie spüren Sie es bei der Journalistenschule beispielsweise? Ist das Interesse an diesem Berufsbild immer noch so groß? Also das Interesse ist weiterhin hoch. Es gibt Wellenbewegungen, das ist ganz klar. Aber es gibt so viele junge Menschen, die gerne schreiben, die auch gerne recherchieren, die auch gerne mit der Kamera umgehen, die auch gerne sich selber und Informationen transportieren möchten, dass ich mir da gar keine Sorgen mache, dass wir weiterhin genug gute Nachwuchsbewerber und dann auch hinterher Nachwuchskräfte haben. Aber wir müssen auch unsere Ausbildung jedes Mal neu überdenken, austarieren. Und Sie haben es gesagt, ja, Verifizierung, Umgang mit Bildern, das ist etwas, was wir noch stärker in den Vordergrund gerückt haben in den vergangenen Jahren und das wird weiter im Vordergrund bleiben, weil ja, die Herausforderungen werden nicht weniger in diesem Bereich. Und man ist nicht automatisch Journalist, indem man ein Handy sich vor die Nase hält und sagt, ich habe jetzt gerade das und das gesehen. Das ist es definitiv nicht und das lernen unsere Schülerinnen und Schüler spätestens am zweiten Tag. Wunderbar. Herr Klüppel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie da waren. Ja, danke für das Gespräch, ebenso. Danke schön.